Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Gladbach allerdings ohne ihren Stammtorwart, jahrzehntelang Stammtorwart gefühlt, Jan Sommer. Von daher glaube ich, Angstgegner für Bayern, Gladbach, mit Sicherheit nicht mehr. Die Siegeserie von Borussia Dortmund ist für mich hier unglaublich, unglaublich. Die Balance stimmt endlich zwischen Angriff und Abwehr, die Mannschaft gewinnt Spiele, die man nicht unbedingt gewinnen muss, wie jetzt zum Beispiel in der Champions League gegen Chelsea. Sie gewinnen andere Spiele mit anderer Selbstverständlichkeit, sie sind im Flow und sie sind der absolute Bayernjäger. Schalke 04, dreimal in Folge umgeschlagen, hört sich eigentlich gut an. Aber wenn ich unten in der Tabelle stehe, dann muss ich zusätzlich Spiele gewinnen. Und das ist im Augenblick leider das große Manko. Mit Sicherheit sind beide Vereine keine Favoriten, aber wir sind im Lauf. Von daher drücken wir die Daumen, dass beide Mannschaften weiterkommen. Die Dage der 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 Dage Dage der Dage der Dage der Dage Dage der Dage 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 Untertitelung des ZDF, 2020